Es ist pünktlich halb neun morgens hier bei Tickmill. Herzlich willkommen zu unseren Handelsbesprechungen hier und heute im US-Dollar, Kann-Dollar, Schweizer Franken, Japanischer Yen und Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. Ein herzliches Willkommen auch an alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer hier an dieser Stelle verbunden mit der Bitte. Wenn es einen Wunschmarkt gibt, dann sehr, sehr gerne einfach in die entsprechenden Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook die Wunschtitel eintragen und dann spreche ich sehr, sehr gerne über die entsprechenden Wunschmärkte. Steffen Rolf, Olaf Lutger, Elena, Christian, freue mich euch hier allesamt morgens auch mit dabei zu haben. Wir schauen zuerst wie immer in den Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Schauen wir dann fortfolgend einfach einmal in die Tagesnachrichten. Heute gibt es ein bisschen mehr als gestern. USA-Feiertag ist vorbei. Auf der Nachrichtenseite heute ein bisschen was aus Großbritannien, aus der Eurozone und einen kleinen, kleinen Tropfen aus den USA. Was bekommen wir heute am Morgen aus den britischen Nachrichten? Wir bekommen um 10.30 Uhr das Durchschnittseinkommen inklusive Bonuszahlung und die Arbeitslosenänderung für den Januar. Wir wissen, dass Großbritannien Thema Brexit, da schauen wir so ein bisschen drauf. Aber momentan hält das die Märkte relativ ruhig. Lutz, einen schönen guten Morgen. Was gibt es weiter? Wir bekommen aus Deutschland sehr, sehr wichtige Wirtschaftsnachrichten. Der ZEW Konjunkturindex mit allem drum und dran gibt es um 11 Uhr. Was gibt es noch? Wir bekommen dann im Laufe des Nachmittags noch zwei Reden von der FOMC. Beziehungsweise eine Rede vom FOMC-Mitglied und eine Rede vom EZB-Radbrett. Das heißt hier ein paar kleine Nachrichten um die Zentralbanken. Ob das was wird, das weiß ich nicht. Aber es ist auf alle Fälle immer gut zu wissen, wann jemand von einer Zentralbank spricht. Denn das könnte unter Umständen für ordentlich Bewegung sorgen. Dann schauen wir doch einfach mal in unsere Handelsideen für den heutigen Tag auch mit hinein. Hier haben wir auf der Uhr noch den Silberchart von gestern. Da hatten wir ja die Handelsidee, wenn sich die Stunde nach oben hin fortsetzt und wir hier oben über dieses kleine Level drüber laufen. Das könnte sehr, sehr positiv sein. Stimmung nach oben weiter schieben. Noch ist hier nichts passiert. Meine Order liegt auch weiterhin im Handelssystem mit drinnen. Das Handelssystem ist jetzt nicht das, was wir uns hier jeden Morgen auch anschauen. Da liegen natürlich keine Orders, weil das hier keine Kauf- und Kaufverkauf-Dinge sind, die wir hier miteinander besprechen. Sondern wir besprechen ja hier die einzelnen Schadlagen an sich. Aber beim Silber ist es halt wichtig, um hier einfach edukativ nochmal reinzuschauen. Wenn wir hier mittelfristig in die Long-Richtung investieren wollen, müssen wir ja auch sicherstellen, dass dieser Gesamttrend hier auch irgendwann erledigt ist. Und das haben wir dann natürlich, wenn wir hier oben drüber laufen. Das sehen wir auch in der Stunde, wenn wir hier mal reinschauen und uns den Korrekturtrend mal anschauen. Dann sehen wir hier selbstredend die entsprechenden Schwünge hier. Und da müssen wir erst einmal über diese Marke hier oben drüber. Weil, wenn wir uns das mal anschauen, das, was wir hier sehen, ist sozusagen der große Schwung noch auf Tagesbasis. Und das ist der Bewegungstrend hier an dieser Stelle. Und der Bewegungstrend ist jetzt erst einmal rausgenommen. An der Stelle, wo wir da gestern standen, ist es für mich, von meinem Geschmack her, einfach zu spät gewesen, das hier noch zu traden. Aber mit Blick auf die Verordnung hier oben, da ist es dann natürlich interessant, wenn der Markt nach oben läuft. Das heißt, wenn der irgendwann aus diesem Stückchen Bewegung nach unten rauskommt, nach oben und dann das Ganze hochschiebt, dann sind wir in dem Kontext, den wir hier vorher gehabt haben. Das heißt, dann haben wir hier die erste Bewegung nach oben hin, die sehr, sehr nah an dieses Hoch hier herangelaufen ist. Und wenn wir dann oben drüber laufen, dann haben wir diesen Kontext hier rausgenommen. Und das ist dann das, wo das Signal für mich jetzt kommt. Und da musst du hinschauen, dort könntest du auf der Long-Richtung etwas an Bewegung mitnehmen. Das also hier für diesen Punkt. Wer das Ganze auch mal eher auf der Uhr hat, der schaut natürlich hier für das kurzfristige Trading auf diese Swings, die wir hier untergeordnet haben. Und da hätte es natürlich Sinn gemacht, hier unten schon reinzugehen, weil hier ist der Trend gebrochen an dieser Stelle. Hier ist sozusagen die Trendentstehung gewesen, hat den Bruch rausgenommen bzw. den vorgehenden Trend rausgenommen, hat noch einmal korrigiert. Und da hätte man sehr, sehr schön, wenn man hier früh dran gewesen wäre, den Markt nach oben traden können, aus den kleinen Zeiteinheiten raus und das Ganze dann Stück für Stück nach oben zu schieben. Das also verschiedene Zeitansätze und die muss man natürlich auch in irgendeiner Art und Weise dann gerecht werden im eigenen Portfolio. Das also hier noch einmal zum Silber und dann gehen wir mal in die Handelsideen für den heutigen Tag auch mit rein. Wir werden jetzt hier entsprechend mal schauen, dass wir mit dem, was haben wir zuerst, Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken, fangen wir mal von unten nach oben an. So, Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken, da haben wir das Währungspaar auf der Uhr. Hier, was sehen wir? Wir sehen einen Chart im Tag mit Levels oben drüber, die als Widerstände laufen könnten. So, jetzt haben wir hier die Situation, wo man einfach sagen muss, was ist denn hier aktuell los? Wir sehen ganz klar, dass dieser Trend nach oben hier komplett rausgenommen wurde, aber es gab eine massive Aufwärtsbewegung als Gegenbewegung. Die hat geendet oben irgendwo über den Daumen bei 0,69,1. Danach gab es den Schub nach unten, Boden gefunden hier in dieser leichten Unterstützung um die 0,67,3. So, dann ging es wieder hoch und jetzt ist das was Interessantes. Immer hier oben in diesem Bereich um die 0,69,100. Da kam latente Schwäche in den Markt, da wurde wieder abverkauft und das ist jetzt interessant zu beobachten. Was passiert hier weiterhin? Wenn sich der Verkaufsdruck hier oben mehrt, dann ist es gut und gerne möglich, dass wir noch ein ganzes Stückchen wieder nach unten laufen. Ob es einen neuen Abwärtstrend gibt, das weiß ich nicht, aber im Kurzfristetrading ist das nach unten hin natürlich interessant. Was hier passiert, wann der Markt nach oben dreht, ob er nach oben dreht oder ob wir einfach nach unten laufen, das wissen wir ja nicht. Aber wenn das Setup hier reinkommt, dann ist hier interessant mal in die Stunde zu schauen, was die Stunde macht. Die gucken wir uns gleich an. Wir müssen nur hier auf den Tagesschart mal noch gleich auf was anderes schauen, nämlich auf die Oberseite. Weil wenn es doch nicht dazu kommt, dass der Markt jetzt direkt runter dreht, sondern dass hier so eine Art Abwartehaltung am Markt zu sehen ist und wir dann nach oben stürmen, dann haben wir nicht weit weg vom Punkt über dieser 0,69,1 den Weg nach oben hin im nächsten Widerstand hier. Da hatten wir das Hoch von dieser starken Aufwärtsbewegung hier von diesem Trend. Das haben wir liegen bei 0,69,390 ungefähr. Kurz darüber haben wir schon den nächsten Widerstand bei 0,69,776 hier eben hoch. Das müssen wir auf der Oberseite auf der Ohr haben. Das wären dann natürlich Level, die können wir im Anlauf sehr, sehr schön mit planen, wenn wir jetzt hier von unten rauskommen. Und mit diesen Informationen schauen wir jetzt mal in den Stundenchart hinein. Und im Stundenchart, da sehen wir sozusagen das, was wir im Tag gerade gesehen haben, hier oben so diese leichte Schwäche. Wenn man sich das Ganze mal anschaut hier, ich zeichne mal kurz den letzten Stück vom Trendverlauf ein. Also wir hatten hier die Bewegung nach oben. Naja, wir machen das mal jetzt in grün. Das sieht dann am Ende optisch besser aus, weil wir den Kontext zu aufwärts und abwärts haben. So, das heißt jetzt hier, das ist Aufwärtstrend gewesen. So, das hier und dann nach oben hin hier rein. Nochmal Korrektur gehabt. Und danach ging es halt nach unten. So, jetzt ist der Trend hier fertig gezeichnet. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt hier sozusagen die Schwäche wirklich rein. Hier gibt es im Kleinen den Abwärtstrend. Der hat dann hier dieses Tief rausgenommen und bewegt sich jetzt weiter nach unten. Und das ist halt jetzt wirklich sehr, sehr interessant, wie es weiter geht. Hier unten haben wir eine leichte Unterstützung um diesen Bereich von den 0,68, 4, 6, 7. Da könnte es hingehen, wenn es sich dann weiter nach unten fortsetzt. Das ist dann das Interessante. Dann könnte es sein, dass sich dieser Trend, der sich jetzt hier nach unten entwickelt, halt noch ein ganzes Stückchen weiter runter schiebt. Und das ist dann die Situation, wo ich sage, jetzt könnte es Sinn machen, dass man einfach mal hinschaut und sagt, jetzt könnten wir nach unten etwas traden. Und da sehen wir halt, das zeige ich gleich auch nochmal, den Weg nach unten zum Widerstand beziehungsweise zur Unterstützung. Der Widerstand ist ja oben drauf. Hier, wenn diese Linie bricht, ist erst einmal ein ganzes Stückchen nichts. Das könnte dann für fallende Dynamik sorgen. Nächster Anlaufpunkt ist hier vielleicht irgendwo dieses eine Ausbruchsniveau bei 0,67, 9, 8, 5 beziehungsweise dann unten ran. Hier hat man Korrektortief, hier hat man Korrektortief. Das sind natürlich Marken. Da kann man ohne weiteres mal schauen, ob wir hier nicht eventuell Unterstützung finden. Und das ist natürlich dann interessant, wenn wir jetzt von oben anfangen können, reinzutraden. Dann kann man sich relativ eng absichern mit seinen Strategien und hat halt ein ganzes Stückchen Weg nach unten. Das als Chance zur Unterseite, wohlwissend, dass wir hier auch nach oben drehen können. Aber wir kommen ja von relativ weit oben. Und da ist natürlich sehr, sehr schönes Potenzial entsprechend da, wenn man sich an diesem Trend als Referenztrend nach unten hat. Und das schauen wir uns nochmal im Tagesshirt an. Und da sehen wir mal, wo wir nach unten hinlaufen können. Und das ist interessant. Und wenn wir dann wieder rumdrehen, heißt also, die Umkehr des Ganzen beäugen können, dann bricht dieser Abwärtstrend nach oben aus und läuft als Aufwärtstrend weiter. Und das wäre dann ein Signal, dass wir wieder hier in diese Richtung dieses Widerstandslevels oben laufen könnten und dann vielleicht beim nächsten Mal den Schub nach oben bringen. Das spielt der Markt momentan allerdings noch nicht. Da müssen wir uns einfach noch ein klein wenig gedulden. Schauen wir ins nächste Währungspaar. Schweizer Franken, japanischer Yen. Also auch hier wieder in Zusammenarbeit mit der Schweiz das Ganze, mit der Schweizer Währung. Schweizer Franken, japanischer Yen hier auch wieder im Tagesschart anzuschauen. Was ist hier anzuschauen? Eine interessante Situation innerhalb eines Seitwärtsrange. Ich mache jetzt nochmal kurz die runden Marken raus. Die sind jetzt nicht so wichtig hier. Die sind im Indexhandel deutlich wichtiger als hier bei diesen Währungen. Was sehen wir hier? Mal von der Grundsituation ausgegangen. Und von der Grundsituation sehen wir hier, wir haben weiterhin einen Markt, der abwärtsgerichtet ist. Hier das große Bild ist abwärtsgerichtet. Wir hatten dann hier Anfang Januar diesen Spike nach unten und der dann wieder komplett nach oben mit aufgekauft wurde. Und jetzt kommt halt wieder, naja, ich will nicht sagen Schwäche rein, aber Kaufdruck sieht anders aus. Das heißt, wir laufen jetzt hier, man kann hier sagen, in so eine Art runden Boden hinein. Der hat unten seine Unterstützung über den Daumen bei 109,37. Über den Daumen, ganz grob. Ich habe es dir eingezeichnet. Und das ist das, wo sich der runde Boden bildet. Wenn sich hier der runde Boden bildet, wie der Boden, der Name es so schön sagt, das könnte dann durchaus die Basis sein für den Ausbruch nach oben. Das heißt, hier oben diese 110,47 über den Daumen, das ist der Deckel oben drauf. Da wollte der Markt bis jetzt nicht drüber. Kommt er drüber, dann ist es interessant, weil dann könnten wir hier möglicherweise noch etwas Schub kurzfristiger Natur erwarten. Wir haben hier ein paar Marken relativ nahe dran. Wir haben hier die 110,848. Wir haben hier oben an dieser Stelle die 111,181. Und hier oben das Top dieser Bewegung bei 111,322. Das wäre interessant nach oben raus. Was macht das Ganze interessant? Da bildet sich dann ein Aufwärtstrend. Heißt also hier diese Dynamik nach oben hin. Kleinen Augenblick. So, das machen wir schön wieder grün. Das wollte ich jetzt nicht. Da hat sich ein anderes Fenster geöffnet. So. Wir können hier von einer Bildung eines Aufwärtstrends ausgehen, wenn wir hier entsprechend oben drüber laufen. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist Korrektur von dem, was hier hochgelaufen ist, in dem zukünftigen Kontext. Wenn es denn nach oben geht, dann sehen wir das, was wir hier haben als Korrektur des Ganzen, hier mit rundem Boden. Und wenn es dann tatsächlich nach oben läuft und wir gehen hier oben über dieses Hoch drüber, dann ist das hier die Bildung eines Aufwärtstrends, der uns dann ja möglicherweise nach oben hin deutlich mehr Potenzial gibt. Das ist im mittelfristigen Bereich von der Planung. Läuft es allerdings hier unten drunter, unter dieser Marke, ich lösche mal kurz diese beiden Linien wieder raus hier, dann haben wir eine ganz, ganz andere Situation. Dann haben wir nämlich die Schwäche bestätigt. Dann heißt das hier, das ist ein Hin und Her, Gelaufe als korrektive Phase, dieses Aufschubs, der dann nach unten wegbricht. Wenn wir dieses Szenario wieder haben, also Bruch nach unten hin, dann haben wir hier diese leichte Marke von 108, 6, 4, 5. Die kommt aus der Stunde, das schauen wir uns gleich mal noch an. Und dann ist natürlich der Weg erstmal frei, wieder hier unten in Richtung 105, 986, was das Tief hier unten im Januar gewesen ist. Das steht dann als Potenzial im Raum und das schauen wir uns kurz nochmal eben in der Stunde an. Und wir sehen hier wieder, was wir im Normalfall innerhalb solcher Ranges sehen. Hier ist einfach nur ein Hin und Her getingelt. Das ist für diejenigen interessant, die von den Extremen aus zur Mitte hin traden wollen. Das sage ich hier an dieser Stelle auch immer wieder. Nicht irgendwo drinnen traden, sondern wirklich von den Extremen in die Gegenrichtung. Und wie schon gesagt, wenn wir hier nach oben laufen, dann läuft halt hier der Markt trendförmig möglicherweise hoch. Also das sind hier die Anlaufpunkte, die wir aus dem Trendverlauf auch mit rausnehmen können. Mit Blick nach unten zur Unterseite hin. Wir haben halt hier drüben mit diesem Spike, der nach unten gegangen ist, den Markt nach oben. Und da haben wir hier ein bisschen Aufwärtstrend nach oben gehabt. Und im ganz kurzfristigen Bereich möglicherweise haben wir hier irgendwo Anlaufpunkte an den Korrekturtiefs dieses Trends, den wir hier an dieser Stelle nach oben laufen haben. Das müssen wir dann aber sehen, ob das so ist. Aber in die Grundplanung können wir es natürlich immer ein Stück weit mit reinnehmen, weil der Markt ist ja hier hochgelaufen und hier gab es ja dann Situationen, wo der Markt halt ein paar Mal getestet hat und wieder nach oben gelaufen ist. Und das kann natürlich hier auch wieder für einen Test zur Verfügung stehen. So ähnlich wie wir das hier in dieser Stundenkerze auch gesehen haben, wo der Markt einfach wieder hier in dieses Level reingelaufen ist und dann direkt wieder nach oben gedreht hat. Das also hier im Schweizer Franken, japanischen Yen. Mal noch reingezoomt aus dem Tag in den Trendverlauf der Stunde. Und damit gehen wir in das dritte Währungspaar für heute und zwar den US-Dollar-Kan-Dollar hier. Schauen wir uns auch wieder zuerst im Tageschart an. Den hatten wir vor nicht allzu langer Zeit schon mal besprochen, als wir uns hier innerhalb dieser Kerze bewegt haben, dieses Außenstabes hier sozusagen, wo wir einfach gesagt haben, okay, wenn der Markt hier hoch will, dann könnte das der Ausbruch nach oben sein. Im Sinne dieses übergeordneten Abwärtstrends dann ein Fortlaufen der Korrektur mit Potenzial erst einmal nach oben hin zu diesem Hoch hier bei 133,749. Das Potenzial ist da, wenn der Markt tatsächlich hier über die 133,200 rausläuft, was tatsächlich aktuell wirklich ein Widerstand ist. Wenn wir dieses Bild jetzt mal noch mit ein paar Tagen später betrachten, dann sehen wir halt hier weiterhin latente Schwäche auch vorherrschen. Das heißt, der Markt will nicht so richtig hoch. Es sieht mir eher danach aus, aber das ist momentan noch eine reine Vermutung. Der Markt muss das Ding erst einmal wirklich spielen. Aber wir tummeln uns jetzt schon eine ganze Weile hier unten am unteren Bereich. Das heißt, der Markt will nicht so richtig hoch und wir laufen halt eher mal nach unten als nach oben. Das könnte durchaus dazu führen, dass wir wieder in Richtung dieses großen übergeordneten Trends nach unten hinlaufen. Das heißt hier, wenn wir hier wieder Abwärtsdynamik bekommen, könnte das kurzfristig interessant sein. Wir haben hier ein Tiefliegen bei 1,91952 hier. Das ist hier also das Tief dieser Tageskerze. Darunter aus dem Verlauf der Stunde, da gucken wir gleich mal noch rein, sind hier ein paar Anlaufpunkte, die interessant zum Sehen sind. Und dann natürlich das Trendtief bei 1,3685. Das haben wir hier unten liegen. Das ist dann als Potenzial erst einmal da, wenn dieser Markt tatsächlich wieder in Richtung dieses übergeordneten Trends läuft und den möglicherweise auch fortsetzt. Wenn er sich fortsetzt, dann müssen wir auch sehen, was hier drüben noch am Potenzial liegt. Da ist nämlich einiges auf der Unterseite, was der Markt hier an dieser Stelle auch noch abholen kann. Bis dahin ist noch Luft. Momentan spielt der Markt, wie schon gesagt, noch kein Szenario nach unten. Aber es kommt kein Druck auf. Und das ist halt interessant auch für diejenigen, die vielleicht kurzfristig immer mal agieren, hier am Widerstand, dort wieder die Richtung nach unten zu finden, wenn der Markt es tatsächlich macht. Das muss man mal sehen. Aber hier sieht es eher aus, als wenn der Markt wirklich Druck von oben bekommt. So richtig Kauflaune ist hier jetzt noch nicht vorhanden. Das sehen wir auch sehr, sehr schön im Tages-, im Stundentrend, wenn wir den mal kleiner machen hier. Wir haben hier immer wieder so ein bisschen Spike nach oben und danach bietet sich sofort wieder ein Abwärtstrend. Und jetzt haben wir hier innerhalb dieses Abwärtstrend die korrektive Phase. Und wenn das Ding wieder rumdreht, dann haben wir hier Signal eher auf die Unterseite rein. Das kann man schön traden in den kleineren Zeiteinheiten. Und mit etwas, sage ich mal, Marktrauschen, Marktentscheidung nach unten hin, kommt man dann hier ganz schnell, dass man hier so einen Level auch rausnimmt. Und dann haben wir den Weg nach unten hin. Erst einmal frei. Und da können wir uns natürlich auch an entsprechenden Tiefs im Trend orientieren. Da hätten wir einmal hier, wie schon gesagt, die Marke bei 1,31,952. Hier auf diesem Aufwärtsschub hatten wir einen Korrektortief um die Marke von 1,31,7,3. Beziehungsweise hier haben wir eine Marke liegen und dann haben wir hier unten noch eine Marke liegen bei 1,31,0,23. Bevor wir dann hier am aktuellen Tief dieses übergeordneten Abwärtstrends bei 1,30,6,8,5 mit ankommen. Was hier zwischendrin passiert ist, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Es gab ja hier diesen Bewegungstrend, den wir auf Tagesbasis auch schon sehen. Wir sehen auch hier, der ist mal rausgenommen worden, aber es kommt halt keine Bestätigung oben raus. Der Markt dreht sofort wieder runter und das ist mir eher ein Zeichen, dass wir noch nicht nach oben wollen, sondern eher die Richtung hier nach unten suchen. Das also die Infos zum US-Dollar-Kandolle. Jetzt blicke ich noch einmal kurz in die Chats beziehungsweise die Chats oben hinein. Arnald, good morning. Rolf auch dabei, guten Morgen. Fragen sehe ich an dieser Stelle jetzt nicht. Das heißt, von der Seite her wünsche ich allen einen angenehmen Dienstag, nee, doch, ja, Dienstag, zweiter Tag der Woche. Die Zeit vergeht immer so. Da vergisst man öfter mal die Tage. Alle gute Trades und wir lesen morgen wieder im Blog zusammen und alle, die das Ganze hier auch auf dem Kanal von GoToWebinar mitsehen, wenn sie mögen und nicht immer GoToWebinar zur Hand haben, dann kommen Sie ruhig auf die Facebook-Seite von Tickmill. Da sehen Sie das Ganze im Livestream und können sich das dann auch immer wieder direkt auf der Facebook-Seite von Tickmill anschauen. Ich wollte gerade sagen, im Videotext suchen. Nein, nicht im Videotext, selbstredend im Internet. Auf Facebook einfach mal Tickmill Deutsch eingeben und dann kann man hier direkt die Gruppe beziehungsweise die Seite liken und sich unserer Community, unserer wachsenden Community an dieser Stelle auch anschließen. Also, an dieser Stelle allen einen schönen Tag und wir hören und sehen uns morgen wieder. Bis dahin, allen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Tschüss.